Also zu sagen, er bringt nichts, Digga, ist genau Schwachsinn. Nein, ich wollte gerade die Waffe nehmen, ich habe ihn gehört hinter mir. Nein! Virus heißt der mit HIV-Unklang, der cool. Wow, kein Alien-Business! Oh mein... Oh mein Gott, Digga! Ich hatte Null Aims auf den Typen, holy shit! Da war er, da war er, da war er. Der will ransneaken, habt ihr gesehen, wie er sich ransneaken will? Der w*** da! Der fiel Geld, der eine Typ, holy shit! Was passiert hier? Wenn der mich getötet hätte! Hilfe! Ich dachte wirklich, er hat gleich einen Stun, gib mir Finisher-Move oder... Ich war schon bereit zum Quitten, Leute. Ich wäre safe gequittet, hätte der Finisher-Move angefangen. Oh, auf geht's zum Baudi! Let's go! Oh, ansonsten Empfälligkeit habe ich halt auch fünf, ne? Knossi, knossi, knossi! Ah! Wee! Digga, einmal wieder gute Lobbys hier. Der eine hat Geist genommen, glaube ich. Hä? Das gibt's nicht. Wieder ein Schill-Typ! Was sehe ich hier heute? Der ist doch ein Stream-Sniper oder so, der mich trolen will. Befindest du die LC-Zene, Warzone? Ist stabil, Bro. Aber ich wurde gerade eben schon mit FPR getötet auf zwei Meter. Obwohl ich LC-Zene habe. Alles gesehen. Alles gesehen, Digga! Was? Seine eigene S-Mine tötet ihn. Bro, ich sag dir gleich eine Kranke LC-Zene. Okay, okay, Nova, ja. Sag mir gleich, Bro. Digga, alles gesehen, verdammt. Brauch safe, weil... Digga, was eine S-Mine, wirklich? Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Lauf kurz hin zu dem Typen. Ah, der mutiert schon. Ah, nee. Ah, der Bounty ist ein Geist-Typ. Boah, ist die gut. Holy shit. Knappe lasert aber auch auf 30 Meter? Was war das? Ich brauche Aufklärung an meiner Position. Okay, da eines ist ein Riker. Jetzt Spezial-Muni, Leute. God bless me. Noch eine S-Mine. Digga, was... Was spiele ich hier? Hallo? Alter. Rich, rich, Leute. Nicht mehr insolvent, endlich. Ich habe doch was gehört gerade eben rechts von mir. Oder waren es meine Schritte? Ey, das war was. Ich habe ihn 100 Pro gehört. Ich habe ihn 100 Pro gehört. Chat, ich weiß, ich hätte mir auch ein Orbi kaufen können. Oh, no, no, no. Ich wollte das Geld aufsparen für einzelne Drohnen, weil... Seht ihr eh. Nur die Nicht-Geist-Leute oder von Weitem auch die Geist-Leute ist halt. Alle gefühlt in Fahrzeugen unterwegs, glaube ich. Digga, der kämpft hier halt irgendwo da drin, ne? Ich schwöre, der kämpft hier. Ich habe halt Spezial-Muni, ne? An sich ist eigentlich... Ich kann schon den Puschen, ne? Da war er doch. Boah, krass. Ist auch noch ein Geek, ne? Ich weiß nicht, ob ich ihn Puschen soll. Hm. So, ich schwöre, niemand schießt hier. Ich finde seit 100 Jahren keinen Gegner, ne? Dieser eine Tryharder, der macht mir Kopfschmerzen. Der war schon nicht schlecht. Jetzt hätte der mich nicht so schnell gebeamt. Ich wollte am Anfang mit LZ-10 Leute challengen mit Spezial-Muni. Und deswegen habe ich nicht... Da drin sind die, ja. Zeit ist um. Auftrag hat recht. Es sind weniger als... Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Es sind zwei Autos da oben. Ich muss mit der Zone gleich rotieren. Du verlierst an Boden. Fuck. Ich weiß nicht, ich kriege den noch. Ich brauche Aufklärung an meiner Position. Drohne erreicht Einsatzgebieten. Das Gas verbreitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Fuck. Ich bin so offen hier. Achting hell. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ich weiß nicht, ob ich mich hitten kann. Nein. Wo ist der andere Typ? Ach. Brauche Aufklärung an meiner Position. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Das sind nur noch zwei Leute. Lol. Okay, der ist erstmal beschäftigt. Fuck, 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 fuck. Ich kriege ihn nicht. Achtung, der Rot-Frei-Stoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Okay, der ist deaktiviert. Okay, der ist deaktiviert. Wo ist der andere? Hä? Hä, wo ist der? Oh, nice. Let's go. Let's go. War spannend, Digga. Holy shit. War's ne Kackzone, Digga. Ey, LC10. Richtig geile Waffe. Den vorletzten haben wir unnormal gebeamt, gell. Hat Spaß gemacht, die Runde. Solche Wins sind die besten, Leute. Zwar nicht so viele Kills, aber es war spannend. Die Zone war ja so kacke, gell. Für mich mit den scheiß LKWs. Dachte schon, du verkackst, weil du kein Selfie gekauft hast. Stimmt, Pazzi, Digga. Ich hab ja gar kein Selfie mehr, ne? Hab ich vergessen. War nice, Digga. Tschüss. Tschüss.